In Koda? Spaß haben. Das ist das Wichtigste für mich in Koda. Hallo, ich bin Trian Eben. Ich melde mich hier aus der Handelskammer in Hamburg zu einem historischen Moment. Zum ersten Mal seit drei Jahren werden wieder Startplätze für den Ironman Hawaii live vergeben. Nicht im Internet, nicht mit Wartezeit, sondern wirklich nach den Leistungen des gestrigen Tages. Und nach dem bewährten Schema. Till Schenk, der da oben auf der Bühne gerade die Regeln erklärt, der wird gleich Namen aufruft. Jeden Namen, der sich verletziert hat, dreimal. Wer sich beim dritten Mal nicht gemeldet hat, ist raus. Jawohl! Jawohl! Yes! Ich bin mein Zimmer, wie geht's hier gerade? Aha! Nach, ich glaube, 15 Jahren, 15 Versuche, habe ich es endlich geschafft. Und ich danke meinen Supportern, die mich so angefeuert haben. Ich habe es gestern schon fast nicht mehr geglaubt. Durchgezogen bis zum Glück und bin so glücklich. Alles klar. Danke euch. Wir sehen uns im Kona. Nee, das kann nicht unbauen. Wir haben ja fünf Kona. Das gab fünf Slots. Also von da her an, das ist super. Das ist mein viertes Mal jetzt. Okay? Ein bisschen teuer vielleicht, aber ich habe gesagt, ja, ist egal. Also hat man die Chance ja nicht. Ja Korvenkonstellasen, ja! ja! Peter Timothyн ja! Richter Ja! Das war so drei, zwei Leute. Ja, ja, ja. Ja, ja. Kassel, Demo, Söne, Söne, Söne. Kassel, Demo, Söne, 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 So, all of your first ones, I would just like you, all right, Ben. Højda Lydas, Højda Lydas, Højda Lydas, okay. Matiputdorf, 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 nein. Peter Holm, Peter Holm, Peter Holm, nein. Eckart Lydbar, Eckart Lydbar, Eckart Lydbar. Jose Lydbar, Jose Lydbar, Jose Lydbar. Okay, I'm just going to ask us to raise your hand if you're 45 to 49 and you would like to go to Corona. That's how fast she found a new man. Okay, hold on. Please stand up for a second so I can see you. Age of 45 to 49. If you want to go to Corona, please stand up. Alters was 45 to 49. I'm going to go to Corona. Okay. I've got four tickets when you want to go. And I've got three slots. Please come to the front. It's not a race today to ride your race today yesterday. Please come to me. That's your first floor top. That's a first floor top. That's a first floor top. That's a first floor top. That's my night is great. Yeah, Frank. What are you doing this year? What are you doing this year? What are you doing here? Okay. Start number. What are you doing here? First in the race to qualify, through the race to the SSA, Frank Denner, Brian Hameloff. The second one to qualify through the race to the SSA, Greg Root, Stuart Claymore. It's the third in the final spot with the SSA 45 to 49. It goes to Roberto Castilla. Congratulations. I wasn't detecting this. Coming. We're going to Kona. Nicola Orn. I didn't want it. Yes, you did. What was your race like yesterday? It was bad. It was bad. I struggled at all. And I struggled. It was bad. What was your finish time? 10.29. Sorry? Wow. Yeah. No, the first one. He's a big fan. Trenny. When no one wants to die. As 56 in the Alters class, I didn't have to pay for that. Today I'm going to get better, I'm going to get better. And that's how do you have better. I can't even get out of it. Yeah, I have to go first to get back. Wie war deine Zeit gestern? 9h59, also ganz knapp 110. Okay, dann hast du es dir verdient. Alles klar, danke. Martin von Coy. Martin von Coy. No. Holger Willard Ridditzki. Holger Willard Ridditzki. She's getting really close. Martin Malik. No. Bissinski. Alex Bissinski. Alex Bissinski, no. Chris Dornen. Chris Dornen. Chris Dornen. Chris Dornen. Chris Dornen. Next time. We got time, right? You're gonna remember us first. Let's see. How about Chile? Borse Kaiba. 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 I'm sorry I can't. I can't. I can't miss time. No, no. That was your case. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Can you get some real treasure please? No, no, no. I'm sorry. I can't. I can't. I can't. I can't. Thank you. Oh my. I love him. I was tough. Ich sage auch ein paar Tage.